Hallo, ich bin Julia von dekadent-dekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Kann Kaffee trinken das Schlaganfallrisiko senken? Obwohl ein Großteil der neueren Forschung zu Kaffee auf eine Senkung des Schlaganfallrisikos hindeutet, muss beachtet werden, dass es auch einige Studien über den Zusammenhang zwischen den beiden gibt, die unklar und gemischt sind. Die wichtigsten Schlussfolgerungen der aktuellen Forschung deuten darauf hin, dass Kaffee eine positive Wirkung hat und dass es einen Zusammenhang zwischen Kaffee und einem verringerten Schlaganfallrisiko gibt. Viele Studien und Untersuchungen haben eine positive Beziehung zwischen Kaffeekonsum und Schlaganfall gezeigt. Dies deutet darauf hin, dass ein gewisser Kaffeekonsum manchmal mit einem geringeren Schlaganfallrisiko gleichzusetzen ist. Es gibt viele Beweise dafür, dass Kaffee gut für die Gesundheit sein kann. Dies liegt daran, dass es Antioxidantien und Koffein enthält. Die folgenden Studien liefern weitere Beweise dafür, dass Kaffee wie folgt für ihre Gesundheit von Vorteil sein kann. 1. Eine Metastudie von 18 Studien, die von Forschern der Tianjin Medical University in China durchgeführt wurde, zeigte, dass ein moderater Kaffeekonsum zu einer positiven Wirkung gegen Schlaganfälle führte. 2. Eine andere Studie, die von Forschern der Autonomen Universität Madrid veröffentlicht wurde und eine Datenstichprobe von 83.000 Frauen über 24 Jahre verwendete, zeigte, dass diejenigen, die regelmäßig Kaffee konsumierten, ein geringeres Schlaganfallrisiko hatten als diejenigen, die dies nicht taten. Es gibt also einige Hinweise darauf, dass Kaffee, wenn er in moderaten Mengen eingenommen wird, dem Körper nach einem Schlaganfall tatsächlich zugute kommen kann, zusammen mit der Senkung des Schlaganfallrisikos. Es gibt eine Verbindung zwischen Kaffee und Schlaganfall, aber diese Beziehung ist nicht so einfach. Kaffee wurde mit einem geringeren Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht, aber nur, wenn sie ihn in Maßen trinken. Menschen, die Kaffee trinken, erleiden weniger Schlaganfälle als Menschen, die keinen Kaffee trinken. Wissenschaftler haben jedoch den genauen Mechanismus hinter dieser Beziehung noch nicht bestätigt. Denken Sie auch daran, dass die Menge an Koffein in einer Tasse Kaffee nicht das Einzige ist, was ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Die Art und Qualität der Bohnen, der Mahlgrad und wie lange sie im Topf bleiben, sind nur einige der vielen Faktoren, die einen Unterschied machen können. Der durchschnittliche Erwachsene nimmt etwa 300 mg Koffein pro Tag zu sich, während die empfohlene Menge für gesunde Erwachsene 400 bis 600 mg pro Tag beträgt. Für Schwangere sind die Grenzwerte niedriger. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser ohne Chemikalien, zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% Koffein frei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.